Wisst ihr, was sich die Familie Potter so richtig verdient hat? Einen Urlaub. Ich habe lange genug gespart. Es geht endlich ans Meer. Ich hoffe, es können alle meine Kinder mitkommen. Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der 61. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute sind wir wieder zurück bei unserer Familie Potter und wie ihr seht, ich nehme das Video genau nach dem letzten Video auf. Deshalb weiß ich jetzt natürlich noch nicht, was ihr zu allen Veränderungen gesagt habt. Im letzten Part haben wir Rose bei der Uni eingeschrieben und außerdem hat sie eine Karriere als Videospiel-Streamerin gestartet. Ich hoffe sehr, dass euch das gefällt, aber wie gesagt, das weiß ich jetzt leider alles noch nicht. Außerdem waren wir mit Emma bei Gabriel und bevor ich irgendetwas machen konnte, haben die beiden schon von selbst miteinander geflirtet. Ja, wie gesagt, auch hier warte ich natürlich noch auf eure Meinung. Und in diesem Part möchte ich eigentlich mit der Familie auf Urlaub fahren, aber ich weiß noch nicht, ob sich das finanziell ausgeht, aber das finden wir jetzt in diesem Video heraus. Dann starten wir gleich mal in den Part hinein. Emma ist gerade erst von Gabriel nach Hause gekommen und sie fühlt sich unheimlich glücklich. Eigentlich wollte ich den Part an dieser Stelle noch überhaupt nicht starten, denn ich wollte Dienstag, Mittwoch und Donnerstag durcharbeiten, um Geld zu haben, damit wir am Freitag auf Urlaub fahren können. Aber plötzlich steht da jemand vor unserer Haustür. Es ist Jared. Anscheinend möchte er sich wieder mit seiner Mutter versöhnen und das wollte ich euch natürlich nicht vorbehalten. Deshalb wird Emma ihren Sohn jetzt gleich mal hereinbitten. Vielleicht ist sie noch ein bisschen wütend. Ich könnte mir vorstellen, ganz hat sie ihm noch immer nicht verziehen. Deshalb werden sie sich jetzt noch einmal über Hausregeln streiten. Und sie wird einfach sagen, Jared, das geht so einfach nicht. Dass ich bei dir war, ist jetzt wirklich schon Tage her. Du hast mich einfach ignoriert, du hast dich nicht gemeldet und jetzt stehst du auf einmal da. Das ist nicht in Ordnung. Aber es ist Emma. Okay, er schreit zurück. Jared, das solltest du vielleicht nicht tun. Elternteil aufmuntern. Jared, hast du ein Kind? Oh ja, natürlich. Er hat jetzt jede Menge Stiefkinder. Alina ist wirklich jung. Wer ist der Vater? Thorne, okay. Ja. Übrigens, im vorletzten Part habe ich gemeint, Orange Bailey Moon ist ihr Ex-Mann. Er ist natürlich ihr Kind. Ja, sorry. Ich weiß, ich verwechsel da die ganze Zeit Dinge. Es sind einfach viel zu viele Sims in diesem Let's Play. Auf jeden Fall wird Emma ihm jetzt einfach mal einen Rat geben und sagen, Jared, ich bin nicht mehr böse. Aber bitte in Zukunft, sowas kannst du nicht einfach vor mir geheim halten. Das geht einfach nicht. Dann wird es ihm einmal liebevoll umarmen. Was macht unsere Katze am Hamsterkäfig? Ähm, Hui, Flora, sag mal, die Katze sollte da nicht sein. Können wir das nicht sagen? Ich habe irgendwie Angst, dass sie unseren Hamster essen möchte. Aber gut, dann spiel mal mit dem Hamster. Studiere den Nager und fütter ihm ein Leckerchen. Aber die beiden scheinen sich auf jeden Fall schon besser zu verstehen. Jetzt wird Livia auch noch angerufen. Wer ruft denn dich jetzt an? Oh nein, wer ist denn verstorben? Livia hat jetzt die Angst vom Tod. Hallo Livia, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass dein Verwandter Ted schon von uns gegangen ist. Mein aufrichtiges Beiler zu deinem Verlust. Oh, also Ted war ihr Opa. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich schon fast gewundert, wie lange er überlebt hat. Weil er war ja im gleichen Alter wie Haru und Scarlet. Und die beiden sind ja gefühlt schon seit Ewigkeiten leider nicht mehr unter uns. Aber jetzt ist auch noch Ted gestorben. Oh, der arme Livia. Und ich finde das sehr interessant, weil eigentlich ist sie ja total fasziniert vom Tod. Aber ja, jetzt hat sie Angst davor. Kannst du vielleicht irgendwie über deine Gefühle bloggen oder so? Stimmt, ich habe Livia ja ein Tagebuch gekauft. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen, in ihr Tagebuch zu schreiben. Sie wird ihre melancholischen Gedanken ausdrücken und dann wird sie das Tagebuch verstecken. Arme Livia, es wird alles wieder besser werden. Ich verspreche dir das. Und Rose ist wieder da von der Arbeit. Und sie hat 134 Simoleons verdient. Nicht schlecht. Na dann, kann sie ja gleich mal schlafen gehen. Den anderen geht es eigentlich ganz gut. Nur Emma fühlt sich unwohl. Ach so, wegen dem Katzenklo. Ja, Flora, das ist deine Verantwortung. Säuber mal das Katzenklo. Und dann kannst du schlafen gehen. Ich glaube, dann werden wir uns mal wieder darum kümmern, dass wir jede Menge Geld verdienen. Das war ja eigentlich mein Plan. Wie gesagt, ich werde jetzt schauen, dass ich wirklich die kommenden Tage ein wenig durchspiele. Das sage ich ja immer und dann passiert irgendwas Spannendes. Aber jetzt werde ich es wirklich versuchen. Denn ich möchte in diesem Part auf jeden Fall noch mit der ganzen Familie auf Urlaub fahren. Und das geht sich sonst einfach nicht aus. Wo haben wir denn eigentlich die Staffelei? Ohne die Staffelei können wir nicht so gut Geld verdienen. Habe ich die verkauft? Ich habe die Staffelei verloren. Das ist gar nicht gut. Ach, die ist hier. Okay. Ja gut, wo stellen wir die denn hin? Stellen wir sie einfach da hin. Ich finde, das ist ein schöner Platz. Dann sieht das hier alles auch nicht mehr so leer aus. Oh, und die Kinder haben alle ein Schulprojekt. Aber irgendwie kümmert sich niemand drum. Egal. Emma wird jetzt mal ein großes realistisches Gemälde malen. Aber Oran, wenn es dir so gut geht, dann kannst du eigentlich schon am Schulprojekt arbeiten. Ähm... Da war gerade ein komisches Geräusch, aber ich weiß nicht, wo es herkam. Egal. Wie gesagt, jetzt spiele ich wirklich durch. Doch. Oran hat ein bisschen ein Bestreben erreicht. Oder zumindest eine Stufe davon. Wie cool ist das? Ich lasse mich schon wieder ablenken. Jetzt bin ich wirklich, wirklich leise. Und wir sehen uns erst wieder, wenn wir genügend Geld für den Urlaub haben. Das mit dem Durchspielen funktioniert leider gar nicht so gut, denn wir haben gerade die Benachrichtigung bekommen, dass Hui von einem Eichhörnchen gebissen wurde. Eichhörnbisse können Krankheiten verursachen. Oh nein, ich hoffe, es geht ihm gut. Wieso passieren eigentlich die ganze Zeit immer spannende Dinge und ich muss immer unterbrechen? Und schon wieder müssen wir eine kleine Unterbrechung einlegen, denn Hui geht es leider gar nicht gut. Also der Biss vom Eichhörnchen war anscheinend schlimmer als gedacht. Und jetzt werden wir mit ihm zum Tierarzt reisen und ich habe gedacht, da nehme ich euch mit. Und deshalb reisen wir jetzt nach Brindleton Bay. Ach stimmt, da waren wir glaube ich tatsächlich das letzte Mal in Brindleton Bay, als wir mit Coco damals noch beim Tierarzt waren. Weil im vorletzten Part waren wir ja mit Rose da und ich war mir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt schon jemals in diesem Let's Play in Brindleton Bay waren. Aber ich glaube, beim Tierarzt waren wir definitiv einmal mit Coco. Vielleicht sollten wir auch in Hanford & Bagley einen Tierarzt platzieren. Irgendwie würde das, finde ich, sehr gut passen, da es ja hier auch Kühe und Hühner gibt und alle Tiere ja mal zum Tierarzt müssen. Oder zumindest die meisten Tiere. Ja, vielleicht sollten wir dort einen Tierarzt platzieren. Aber gut, dann werden wir unseren kleinen Hui gleich mal zur Behandlung anmelden. Zur Kastration werden wir nicht anmelden, denn ich möchte ja noch, dass er Kinder bekommt. Lukas, was willst du schon wieder? Ja gut, er ist verliebt in Janet Peters. Herzlichen Glückwunsch. Wow, er ist wirklich der nervigste Team der Welt. Es kommt bald ein Tierarzt zu dir, um dein krankes Tier zu untersuchen. Sehr, sehr gut. Also ein bisschen müssen wir jetzt noch warten. Das dauert manchmal tatsächlich sehr, sehr lang. In der Zwischenzeit werden wir mit Emma ein paar Leckerchen kaufen. Da gibt es nämlich die Wellness-Happen. Und das ist eben gut, wenn die Tiere krank werden, dann kannst du ihnen das einfach geben. Und dann sind sie ganz einfach wieder gesund. Da müssen wir nicht immer hier hin reisen. Wir sind jetzt dran. Das heißt, wir werden mit Hui jetzt hier ins Behandlungszimmer gehen. Und Yuko Miyamoto wird sich um unsere kleine Katze kümmern. Ähm, ja. Wieso hat sie sich nicht um ihn gekümmert? Geben wir ihm einfach das Leckerchen. Vielleicht hilft ihm ja das, wenn schon die Behandlung nicht geholfen hat. Ja, jetzt geht es ihm wieder gut. Gut, dann brechen wir das Ganze einfach ab. Die Tierärztin war leider für nichts. Tut mir leid, dir das so sagen zu müssen. Aber es ist einfach so. Und jetzt hat er ja auch noch auf den Boden gekotzt. Geht es dir gut? Emma, frag mal, ob es Hui gut geht. Vielleicht war das Leckerchen doch nicht so toll. Hui, geht es dir gut? Ich weiß nicht. Frag, was ist das? Ach so, er braucht Aufmerksamkeit. Ja, gut. Dann können wir ihn einmal streicheln. Dann werden wir ihn einmal umarmen. Hat sich Flora nicht um dich gekümmert gestern? Und anscheinend hatte die andere Sachen zu tun. Dann ist er leicht kleiner. Und dann geben wir ihm noch ein Leckerchen, weil er eben so brav war bei der Tierärztin. Auch wenn die eigentlich gar nichts gemacht hat und ihn einfach nur angeschaut hat. Ist ja egal. Er war trotzdem brav. Und bevor ich es vergesse, wir werden ihn jetzt auch umbenennen. Ich hoffe, das geht hier. Ja. Wir werden ihn umbenennen. Denn jetzt heißt er ja Hui. Und wie gesagt, ich finde den Namen ein bisschen komisch. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass man das Hui ausspricht. Aber ich wüsste nicht, wie sonst. Auf jeden Fall hat unter dem vorletzten Part die liebe Claudia nämlich vorgeschlagen. Den Kater könntest du ja Sirius oder Jamir nennen. Das bedeutet anscheinend einzigartig. Und einzigartig ist er mit den unterschiedlichen Augen auf alle Fälle. Und das finde ich so eine gute Idee. Und deshalb möchte ich, dass wir unseren Kater jetzt Sirius nennen. Weil ich finde, das ist ein sehr cooler Name. Und dann ist das jetzt unser Sirius. Ich hoffe, euch gefällt der Vorschlag. Wie gesagt, wenn jemand eine andere Idee hat, kein Problem. Wie gesagt, es werden noch mehr Katzen folgen. Und es hat funktioniert. Perfekt. Dann reisen wir mit Sirius jetzt wieder nach Hause. Und Emma muss weiter arbeiten. Wie gesagt, ich wollte eigentlich in diesem Part noch auf Urlaub fahren. Aber jetzt bezweifle ich, dass sich das ausgeht. Irgendwie dauert das mit dem Arbeiten viel länger als gedacht. Arbeiten braucht eben Zeit. Und wir sind wieder da. Dann wird sie gleich mal die Schüssel für Sirius auffüllen. Und da ist jetzt... Er ist weggelaufen? Was ist denn das? Sirius ist weggelaufen. Er kommt vielleicht von selbst wieder nach Hause. Aber wenn du am Computer oder Telefon eine Suchmeldung aufgibst, findest du ihn möglicherweise schneller wieder. Also ich finde, wir haben uns um ihn jetzt wirklich nicht schlecht gekümmert. Wie funktioniert das denn nochmal mit der Suchanzeige? Geht das unser Haushalt? Sirius ist ja eh noch da. Er ist ja gar nicht weggelaufen. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, Emma muss jetzt mal den Käfig säubern. Franz ist ein ausgewachsener Hahn. Oh, cool. Franz ist ausgewachsen. Und genau, einen Staubsauger. Wir brauchen ganz dringend einen Staubsauger. Wo stand diese Kommode? Egal. Ich werde es einfach nicht hinterfragen. Staubsauger. Ja, kaufen wir einfach den günstigsten. Und stellen ihn in der Abstellkammer. Da können wir ihn vielleicht nicht benutzen. Ich glaube, wir stellen ihn einfach da hin. Ich weiß ja auch nicht, was dann passiert, wenn sie ihn benutzt. Also ob sie mit dem dann woanders hingeht oder nicht. Aber das werden wir jetzt einfach gleich mal testen, hätte ich gesagt. Emma, du wirst jetzt einmal die Umgebung staubsaugen. Kannst du das auch? Staubsaugen. Sehr gut. Rose muss in einer Stunde zum Unterricht. Rose, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Sie hat in Foren provoziert. Du hättest auch einfach deine Hausaufgaben machen können. Ja, mach noch deine dritten Hausaufgaben. Und dann musst du eh schon zur Uni. Während Emma hier staubsaugt. Ja, weil sie... Oh Gott. Ich glaube, wir müssen da alles extra staubsaugen. Staubsaugen in Sims ist ja fast so anstrengend wie in Wirklichkeit. Soll Livia den Klassenkameraden Jonas zu sich einladen? Eigentlich haben wir keine Zeit für das. Ich wollte doch eigentlich nur ganz schnell Geld verdienen, dass wir auf Urlaub fahren können. Aber irgendwie möchte das Spiel immer spannende Sachen machen. Livia geht es leider sehr, sehr schlecht, weil eben ihr Opa verstorben ist und sie möchte... Nein, du redest jetzt nicht mit dem Staub-Dings. Flora, das ist nicht dein Bett. Irgendwie geht in diesem Haus gerade alles drunter und drüber. Und wo ist dieser Jonas? Ach, da ist Jonas. Der fühlt sich hier sehr wohl und geht einfach gleich mal baden bei uns. Gut. Irgendwie ist dieser Part gerade sehr chaotisch. Es passiert sehr viel auf einmal und ich verstehe nicht ganz was. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt einfach wieder aufs Geld verdienen, konzentrieren und alles, was rundherum passiert. Darum müssen sich die Sims selbst kümmern. Oran macht doch noch ein Schwulprojekt. Und Jonas spricht jetzt mit ihm und hat nur ein Handtuch an. Ja gut. Ähm, okay. Und Rose ist wieder da von der Uni. Sie hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen. Oh, sehr cool. Und Violet ist da und hat ein Geschenk für uns. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Das Spiel will einfach nicht, dass ich durchlaufen lasse. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Macht es dir was aus, wenn ich noch etwas bleibe? Was hat sie uns denn geschenkt? Ein Hengst weit hergeholzt. Violet hat uns eine Pferdeskulptur geschenkt. Ich weiß nicht, was sie uns damit sagen will. Aber gut. Das ist jetzt einfach so. Und wieso möchte Rose mit Raoul plaudern? Kennen sich die beiden überhaupt? Ach hier, Raoul. Oh, das ist ihr Vater. Ja, ähm, wie ihr merkt, ich verliere da schon leicht den Überblick. Und nun haben wir Donnerstag, 7 Uhr früh. Wir haben schon wieder die Benachrichtigung bekommen. Sirius ist weggelaufen. Also, ich weiß ja nicht, was da los ist. Aber irgendwas stimmt mit unserem lieben Sirius leider nicht. Es stand schon circa, hier schon wieder, Sirius ist weggelaufen. Ich bekam schon zehnmal die Benachrichtigung. Er ist weggelaufen, aber er ist immer noch da. Also, er kommt dann immer wieder. Und normalerweise, wenn Katzen und Sims weglaufen, kann man sie nicht mehr anklicken. Und sie kommen erst nach ein paar Tagen wieder. Und außerdem isst er und dann jammert er, dass er Hunger hat. Also, währenddessen oder gleich danach. Und irgendwie ergibt nicht Sinn und ich habe keine Ahnung. Aber das wird schon wieder werden. Auf jeden Fall haben wir jetzt fast 10.000 Simoleons erspart. Das bedeutet, wir können bald auf Urlaub fahren. Und ich würde gern heute losfahren. Das heißt, wir nehmen uns einmal einen Urlaubstag. Also, ich hoffe, das funktioniert jetzt so spontan. Okay, jetzt ist unser Sirius leider tatsächlich weggelaufen. Schreibt mir gern in die Kommentare, wie das nochmal geht, dass wir ihn schneller wiederfinden. Irgendwie schaffe ich das nie. Also, ich weiß, es sollte irgendwo am Computer gehen, aber ich finde das einfach nicht. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Wir werden jetzt gleich auf Urlaub fahren. Eigentlich wollte ich Sirius mitnehmen, aber er ist ja leider nicht da. Und auf jeden Fall werden wir jetzt mit Emma losfahren. Wo geht das schnell? Und reisen. Jetzt müsste ich Reisen nur noch finden. Hier, Urlaub nehmen. Perfekt. Denn ich hätte gesagt, wir nehmen jetzt mal ihre Kinder mit, die nicht im Haushalt leben. Also, wir nehmen Jared mit und Daisy und Ivo und Violet. Und das war es dann auch schon. Ich würde auch gern Sidney mitnehmen und den Sohn von Daisy, aber den kennen wir leider noch immer nicht. Wir müssen echt Daisy bald besuchen gehen. Und Gabriel könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Ja, warum nicht? Wir nehmen Gabriel einfach auch mit. Und ich hoffe, ich kann dann alle aus dem Haushalt nachbringen. Beziehungsweise Rose hat heute und morgen noch Uni. Und die Kids können ja nach der Schule schon nachkommen. Die sollen sich dann Freitag einfach einen Urlaubstag nehmen. Und ja, ich glaube, das wird ein sehr schöner Familienausflug. Und zwar nach Sulani. Hier in dieses Haus. Das habe ich extra dafür platziert. Es hat tatsächlich nicht so viele Schlafzimmer, wie ich gerne hätte. Aber ja, ich glaube, wir wollen drei Nächte bleiben. Ja, warum nicht? Wir bleiben einfach mal drei Nächte. Im Notfall brechen wir es einfach früher ab. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Und ich freue mich so mit der Familie Potter, weil die meisten waren einfach noch nie am Strand. Also zumindest nicht wirklich am Strand schwimmen. Ich glaube, in Tartosa waren wir ein paar Mal. Wegen Daisys Hochzeit oder wegen Daisys Junggesellen in Abschied. Aber ja, so richtig Strandurlaub hatte tatsächlich noch niemand. Und hier sind wir. Es sind tatsächlich alle mitgekommen. Und keiner hat ein passendes Strandoutfit. Das ist einfach so typisch. Auf jeden Fall, das ist das Haus, das ich mir aus der Galerie runtergeladen habe. Ich liebe es einfach. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Haus ist nicht für dieses Grundstück gedacht. Aber es ist nicht so schlimm, dass wir trotzdem funktionieren. Auf jeden Fall musste ich ein wenig improvisieren, weil ja noch jede Menge mehr Leute kommen. Deshalb habe ich hier in diesem Raum zwei Stockbetten gegeben. Auch hier habe ich zwei Stockbetten reingegeben. Hier ist ein Zimmer für zwei und hier ist ein Zimmer für eine Person. Das ist jetzt leider so. Ich habe nämlich günstig leider kein so großes Haus gefunden. Deshalb leben sie jetzt einfach hier. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Emma, bevor du irgendwas anderes machst, kannst du mal auf die Toilette gehen. Und dann, ja, weiß ich noch nicht. Die ganze Familie ist da. Hier haben wir einfach unseren Ivo. Es stört mich schon ein bisschen, dass er nicht mehr Potter heißt, muss ich sagen. Dann Gabriel, Daisy, Violet und Jarrett. Bin schon gespannt, was sie so machen. Gabriel unterhält sich einfach mal mit seiner Tochter. Was brennt denn jetzt schon? Ähm, was ist das? Wir kommen nicht ans Feuer ran. Der Weg ist versperrt. Hey, ähm, Leute. Wieso brennen denn diese Feuerstellen bei mir immer? Ich verstehe das nicht. Wir sind eine halbe Minute hier und schon brennt das halbe Haus. Und Emma konnte nicht mal in Ruhe auf die Toilette gehen. Und das ist die Feuerwehrfrau. Das ist dein Outfit. Ich verstehe gar nichts. Wir kommen nicht an das Feuer ran. Das Feuer ist vorbei. Das ist doch Orange Bailey Moon. Ja, der ist der Sohn von Jarretts Freundin. Ähm, wo ist noch ein Feuer? Ähm, könnt ihr bitte nicht verbrennen und das einfach löschen? Löscht das auch mal. Und ich glaube, wir werden das... Können wir das irgendwie löschen? Ich glaube, wir müssen das verkaufen. Ansonsten brennt es hier noch zehnmal und das verkrafte ich nicht. Das war doch ein schöner Urlaub bis jetzt, oder? Wenn Emma sich jetzt noch anpinkelt, wird es noch viel besser. Oh, wow. Das läuft einfach nur klasse. Äh, wieso kommen hier so viele fremde Leute rein? Das ist doch als Mietobjekt gekennzeichnet. Was macht ihr alle hier? What? Das ist ein privater Urlaub? Ähm, ich verstehe nichts mehr. Aber okay, damit möchte ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Das war schon alles stressig genug. Ich möchte jetzt eine Sanskulptur bauen. Und zwar mit Gabriel. Gabriel und Emma werden jetzt gemeinsam eine Sanskulptur bauen. Ist irgendwie ein bisschen kindisch, aber ich finde, es passt zu den beiden. Ja, Ivo und Daisy unterhalten sich da hinten über Essen. Also da war vorher ein Grillkäse. Und auch sonst möchte niemand wirklich im Haus sein. Vermutlich, weil hier tausend fremde Menschen sind. Ich verstehe es wirklich nicht ganz, was da abgeht. Nein. Emma, du plauderst nicht mit Orange. Wir könnten ein bisschen schwimmen gehen. Es war noch niemand von euch im Meer. So. Wir bilden jetzt eine große Gruppe. Alle kommen in meine Gruppe. Daisy kommen in die Gruppe. Und Violet kommen in die Gruppe. Und Ivo kommen in die Gruppe. Und Gabriel kommt auch in die Gruppe. Und dann gehen alle gemeinsam schwimmen. Das finde ich toll. Sie schwimmen hier zusammen nackt baden. Ich glaube nicht. Aber sie können ja zusammen hier hinschwimmen. Können wir noch irgendwas anderes machen? Schwimmen mit. Zusammen herumschwimmen. Das klingt doch viel besser. Ja. Und jetzt gehen alle schwimmen. Oh mein Gott. Ich habe sie alle noch nie in ihrem Bikini gesehen. Oder in ihrer Badekleidung, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach noch nie passiert. Solani ist wirklich eine meiner Lieblingswelten, muss ich sagen. Also ich weiß nicht warum, aber ich liebe sie einfach. Und Emma fühlt sich jetzt auch unglaublich selbstsicher. Weil sie das Feuer gelöscht hat. Wegen der Entspannung im Wasser. Und weil sie eine außergewöhnliche Sanskripte mit Gabriel gebaut hat. Oh, wie süß ist das? Aber sie ist natürlich traurig, weil Sirius vermisst ist. Ich hoffe, der kommt bald wieder. Ja. Können wir irgendwas im Wasser machen? Romantisch. Uh. Nein? Wir machen noch nichts Romantisches mit Gabriel. Ich warte dann noch auf eure Meinung. Konnte man nicht irgendwo mal im Wasser auch irgendetwas machen? Oh, Gabriel Walter findet Emma Potter klasse und möchte beste Freunde werden. Ja, natürlich, Gabriel. Aber die beiden haben sich doch gar nicht mehr so gut verstanden, oder? Und jetzt auf einmal sind sie beste Freunde. Und tiefe Verbundenheit. Oh, es ist so süß. Oh. Und Emma und Lenny haben sich aus den Augen verloren und sind keine beste Freunde mehr. Ich hatte nicht am Schirm, dass er noch immer ihr bester Freund war. Aber gut, so haben wir jetzt in den Urlaub gestartet. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch schon beenden. Und nächstes Mal spielen wir dann einfach direkt hier weiter. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald! Bis bald!